gut dann halt was einbauen dass wenn alle vier gesagt sind dass man dann noch die chance hat sich zu befreien was ich auch toll finden würde ist wenn die chance gesteigert ist vom hakt zu entkommen wenn du im terrorradius bist nein 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 doch sagen wir wenn du länger als 30 sekunden im terrorradius bist okay darauf lassen wir ein also quasi bis kurz vor der kampffase entweder das ist das ist echt nicht das hast du gesehen oder meinst du wirklich ist die einzige die oben ist wir sind alle in so einem komischen kellerchen ich glaube der pfeil hat gerade gelernt dass ich wenn ich grieche seine seine größe umgehe ich habe das gerade eben gelernt wird geklopft oder ja das blöd geklopft alter echt jetzt rennt doch einfach durch in der schule sind anscheinend 22 unten totems wie bei los totems ok ich habe einen lila offenen werkzeugkasten und ich habe ein nagelneues teil würdest du mich bitte runter lassen du blödes pupsiges größe gesicht arschloch